Willkommen zu Focus 5 News. Seit Montag letzter Woche hängen in verschiedenen Städten an den Strassen Plakate mit behindertenfeindlichen Aussagen. Beispielsweise, Behinderte sind dauernd krank oder Behinderte kosten nur Geld. Diese Aussagen sind eine grosse Provokation für viele Leute und lösen Schock und das Gefühl von Diskriminierung aus. Verschiedene Behindertenorganisationen wie Pro Infirmis, Pro Cap und viele mehr reagierten auf diese Kampagne. Niemand wusste, wer der Auftraggeber dieser Plakate war. Auf den Plakaten waren nur die Aussagen, ohne Angabe von Organisation zu lesen. Eigentlich sollte diese Woche am Montag veröffentlicht werden, wer der Auftraggeber ist. Durch die vielen Reklamationen wurde die Auflösung jedoch vier Tage früher durchgeführt. Das Bundesamt für Sozialversicherungen, BSV, bei der auch die IV dazugehört, steht hinter diesen Plakaten. In der Auflösung wird beispielsweise der Satz, Behinderte sind dauernd krank mit dem Zusatz versehen und trotzdem morgens die ersten im Büro. Das BSV meinte es im Prinzip gut, hat jedoch im Vorfeld nicht richtig überlegt. Eine solche Werbung ist für Betroffene und Behindertenorganisationen nicht optimal, da die Vorurteile sich damit nur weiter verbreiten. ProCAP sagte dazu, dass das BSV im Vorfeld die Betroffenen befragen soll, ob die gewählte Werbung gut und passend ist. In Argentinien hat jedes dritte Schulkind Hörprobleme. In Buenos Aires untersuchte die öffentliche Forschungsorganisation CONICET dieses Thema. Dabei haben sie an sechs verschiedenen Privatschulen mit insgesamt 450 Schulkindern im Alter von 6 bis 13 Jahren Untersuchungen gemacht. Das Ergebnis war, dass 35% dieser Kinder schwerhörig sind. Das heisst, jedes dritte Kind hat eine Hörschädigung. Bei der Untersuchung musste jedes Kind einen gehörten Satz wiederholen. Dabei wurde Hintergrundlärm von über 15 Dezibel dazugeschaltet. Bei diesem Test wurde herausgefunden, dass über die Hälfte der Kinder dabei Verständnisschwierigkeiten zeigte. Die Forscher vermuten nun, dass verschleppte Erkältungen zu Ohrenentzündungen führten, welche das Gehör verschlechterten. Ein anderer Grund könnte auch zu lautes Musikhören sein. Auf der Homepage forumguteshören.de wurde ein Bericht veröffentlicht, der sagt, dass bei schlechten Sichtverhältnissen im Fahrverkehr gutes Hören umso wichtiger sei. Jetzt in der Winterzeit werden die Tage kürzer und häufig machen Nebel und Regen die Strassen nass. Im Bericht steht nun, dass durch gutes Hören die Gefahr schneller erkannt wird und dementsprechend reagiert werden kann. Beispielsweise kann ein Fussgänger durch gutes Hörvermögen erkennen, wenn sich ein Auto nähert und wann es bremst und erst dann die Strasse überqueren. Ebenso Velos, welche schlechtes oder gar kein Licht montiert haben, sind für Fussgänger erkennbar, wenn die Klingel ertönt. Auch für Autofahrer sei das Hören wichtig, zum Beispiel wenn sich die Polizei mit Signalhorn von hinten nähert. Die Geschäftsführerin von Forum Gutes Hören, Dr. Christina Beste, meint, dass schlechte Sicht durch gutes Hören ausgeglichen wird. Aus diesem Grund empfiehlt sie, den Hörtest durchzuführen, wenn Unsicherheiten bestehen. Viele Hörakustiker sind Mitglieder des Forums. In Nordafrika, in der kenianischen Stadt Nakuru, hat ein Vater seine behinderte Tochter 16 Jahre lang in einem Käfig gesperrt. Entdeckt wurde das Ganze, als ein Vertreter der Schule den Vater suchte, da dieser die Schulgebühren für seinen Sohn nicht bezahlt hatte. Bei diesem Besuch entdeckte der Vertreter per Zufall, dass die Familie auch eine Tochter hat. Die Mutter der behinderten Tochter sagte, dass sie ihre Tochter zur Schule schicken wollte, der Vater, die sie doch abgelehnt hat. Er hielt es nicht für notwendig, da die Tochter behindert ist. Das Mädchen befindet sich nun in der Obhut des Jugendamtes. Letzten Sonntag fand in Herisau die Schweizer Meisterschaft der Herren, Damen und Senioren im Futsal statt. Am Sonntagmorgen war das Final der Senioren. Dabei gewann Aarau gegen Zürich mit 13 zu 1. Am Mittag fand das Final der Damen statt. Dabei gewann Aarau gegen Basel mit 8 zu 1. Und zuletzt fand am Nachmittag das Final der Herren statt. Hier hat ebenfalls Aarau gegen Zürich gesiegt mit dem Resultat 8 zu 4. Es war ein besonderer Tag für Aarau. Bei den Senioren, den Herren und den Damen gewann immer die Mannschaft aus Aarau und wurde Schweizer Meister. Am Schluss hat Roland Brunner, der Präsident des Schweizerischen Gehörlosen-Sportverbandes, verkündet, dass die dritte Europameisterschaft im Futsal im November 2010 nun offiziell in der Schweiz durchgeführt wird. Im Sport wird nächsten Samstag, 14. November 2009, die Schweizer Meisterschaft der Herren, Damen und Mixt im Bowling stattfinden. Der Austragungsort ist in der Romandie in der Stadt Echendon im Bowling Center Miami. Das war's von Focus 5 News. Bis nächste Woche, auf Wiedersehen.